Lebenshauch. Lebenshauch ist der Lebensatem. Als Lebenshauch wird die Lebensenergie bezeichnet. Auch Od, Od, ist der Lebenshauch. Im Deutschen hat also Lebenshauch eine ähnliche Bedeutung wie das Sanskrit Prana. Prana ist zum einen der Atem, also der Hauch, Prana ist aber eben die Lebensenergie. Prana ist auch die feinstoffliche Energie. So ähnlich der Lebenshauch ist zum einen der Atem, aber Lebenshauch bezeichnet auch die feinstoffliche Lebensenergie, die stärker oder weniger stark entwickelt sein kann. Atem hängt sehr eng zusammen mit der Lebensenergie. Und wenn ein Mensch aufgehört hat zu atmen, dann lebt er auch nicht mehr. Es sei denn, er ist in einem außergewöhnlichen Bewusstseinszustand, wo der Atem ausgesetzt hat, aber das Prana sehr stark da ist.